Oberst Hildrun, Chef des Lunaren Sicherheitsdienstes im Sektor F81, legte die Personalakten des Planungsingenieurs Alpho Zartus, geboren am 22. Juni, in Lowman, Idaho, zur Seite. Düster betrachtete er den vor seinem Schreibtisch stehenden Sergenten von oben bis unten. Als sein Blick auf die Schockwaffe im offenen Gürtelhafter des Wachmanns fiel, runzelte er seine Stirn noch stärker. Mit ausgestrecktem Zeigefinger deutete er auf den Strahler. Hildruns Stimme klang scharf. »Und das? Was ist das? Hatten Sie etwa angenommen? Wir hätten Ihnen eine Mausefalle oder sonst etwas mitgegeben? Warum haben Sie Zartus nicht mit einem Schockschuss betäubt? Er war doch nahe genug vor Ihnen, oder?« Der junge Sergent wurde blass. Steif stand er vor seinem Vorgesetzten. Die anwesenden Offiziere des Wachsektors F81 sagten nichts. Der Fall war durchaus nicht so klar, wie ihn Hildrun zu sehen schien. »Jawohl, Sir, das schon«, stammelte der Soldat des Sicherheitsdienstes. »Ich hatte meinen Deflektorschirm eingeschaltet, und Zartus konnte mich nicht sehen. Die Dienstvorschriften verbieten die Anwendung von Schockstrahlen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Mir aber schien es nicht erforderlich zu sein. Der Spion war klein und schwach gebaut, ich hätte ihn mühelos überwältigen können. Warum hätte ich den Mann verletzen sollen?« Oberst Hildrun erhob sich. Polternd glitt der Schreibsessel nach hinten. Mit auf dem Rücken verschränkten Händen schritt der Kommandeur zum Getränkeautomat hinüber. »Ach, Sie wollten ihn nicht verletzen. Dafür haben Sie ihn in den sicheren Tod geschickt, nicht wahr?« »Sir, ich hatte mit dem Sprung nicht gerechnet. Es geschah zu schnell, als Zartus erst einmal auf dem Band lag, wollte ich nicht mehr schießen.« »Warum nicht?« »Weil die Förderanlage schneller läuft, als ich rennen kann, Sir. Hätte ich den Techniker betäubt, wäre es ihm unmöglich gewesen, im letzten Augenblick abzuspringen. Es war seine letzte Chance. Ich habe ihm zugerufen, dass hinter der Maueröffnung die Isolationsmaschine steht. Er hörte nicht auf mich. Was hätte ich tun sollen, Sir?« Oberst Hildrun drehte sich um. »Können Sie beweisen, dass Sie ihm eine Warnung nachgerufen haben?« Der Sergeant des Wachkommandos sah sich hilfesuchend um. Ein Leutnant der Überwachungstruppe meinte dazu, »Die Tonbandaufnahmen liegen vor, Sir. Wir haben die Fernüberwachung eingeschaltet, als Sergeant Rodgin mit seinem Helmsender das Alarmzeichen gab. Er hat tatsächlich gerufen, sehr laut sogar.« Wortlos stapfte Hildrun zu seinem Schreibtisch zurück. Den Becher setzte er so heftig ab, dass das Getränk überschwappte. »Ihr Glück, Rodgin.« Wieso kamen Sie überhaupt auf die Idee, dem Spion alleine in den Transportraum zu folgen? Ich hatte Zatus schon einige Zeit beobachtet, Sir. Ich wollte ihn auf frischer Tat ertappen, weshalb ich ihm auch im Schutz des Deflektorfelds nachging. Er machte wieder Aufnahmen mit seiner Uhrkamera. Ich stand dicht dabei und wartete ab. Anschließend nahm er den Mikrofilm heraus, löste seine Zahnprothese und versteckte die winzige Spule in einer genau passenden Öffnung der Gaumenplatte. Da sprach ich ihn an. Er war wie erstarrt und außerdem wirkte er völlig hilflos. Mit dem Sprung auf das Transportband hatte ich einfach nicht gerechnet. Ich konnte ihn nicht mehr festhalten. Hildrun sah zu den Offizieren seines Stabes hinüber. Sergeant Rodgin wartete atemlos. »Schön, geben Sie Ihre Aussagen zu Protokoll. Sie sind vorerst vom Dienst beurlaubt. Sind Sie sich darüber klar, dass ich den Fall dem Abwehrchef melden muss?« Rodgin nickte unsicher. Augenblicke später verließ er das Chefzimmer. Im Vorraum suchte er sich eine Sitzgelegenheit und ließ sich erschöpft darauf niedersinken. Vergeblich versuchte er, die schreckliche Szene aus seinem Gedächtnis zu verbannen. Das verzerrte Gesicht des kleinen Mannes tauchte immer wieder vor seinem geistigen Auge auf. »Es war ein Unfall, Rodgin«, sagte ein vorübergehender Offizier. »Gehen Sie in Ihr Quartier und bereiten Sie sich auf das Protokoll vor. Sie sehen erbärmlich aus.« »Ich komme mir auch erbärmlich vor, Sir«, entgegnete der S-Mann mit trockenen Lippen. »Wie soll das nun weitergehen? Ich konnte doch nichts dafür.« »Das wissen wir.« »Wenn Sie Pech haben, zieht die Geschichte weite Kreise. Es existiert eine Vorschrift, wonach solche Fälle dem Administrator persönlich zu melden sind. Sie wissen doch, dass er die Mondwerften wie seinen Augapfel hütet.« Sergeant Rodgin hielt den Atem an. »Sie meinen Perry Rodan, Sir? Kennen Sie einen anderen Administrator? Wenn Sie vor ihm erscheinen müssen, dann schildern Sie den Fall in aller Offenheit. Ein Vergehen kann man Ihnen kaum zur Last legen. Das war ein Unfall, wie gesagt. Gehen Sie nun und legen Sie endlich den Kampfanzug ab.« Der Offizier tippte mit zwei Fingern an die Schirmmütze und verließ den kleinen Raum. Er lag einige hundert Meter tief unter der Oberfläche des Mondes. Ganz in der Nähe lärmte die für diesen Fabrikationssektor bestimmte Kraftstation. Kapitel 2 Braco Alker starte mit fiebrig glänzenden Augen auf den unscheinbar wirkenden Einwurfschlitz der Kontrollautomatik. Das Gerät zur Überprüfung der auf schmalen Kunststofffolien verankerten Individualdaten wirkte in seiner Massigkeit beängstigend. Braco Alker, Leutnant der Solaren Flotte, durch einen geheimnisvollen Befehl abkommandiert zur Luna-Basis, fühlte sich seit einigen Stunden wie in einem Irrenhaus. Nach seiner Landung auf dem Mond war er elfmal von Soldaten des Sicherheitsdienstes nach dem Woher und Wohin befragt worden. Man hatte sich nach seinem Werdegang erkundigt, sich für Eltern und Großeltern interessiert und anschließend zu wissen verlangt, was er, Braco, künftig zu tun gedenke. Braco war somit von einem Erregungszustand in den anderen versetzt worden, wie er bei sich selbst dachte. Bei der Gelegenheit hatte er zum ersten Mal die Chance erhalten, die gewaltigste Flottenbasis der Menschheit zu bewundern. Er wusste, dass der Mond im Lauf der letzten 57 Jahre zu einem Himmelskörper der Raumschiffwerften und Waffenfabriken geworden war. Praktisch gesehen war der Erdtrabant nach und nach ausgehöhlt worden. Auf der Oberfläche selbst war kaum etwas von jener Mammutindustrie zu bemerken, die man mit modernsten Mitteln und unter riesigen Kosten unter der Totenkruste errichtet hatte. Nur die großen Raumhäfen lagen oben und die Panzerkuppeln der kosmischen Abwehrfestungen. Es hatte 13 Stunden gedauert, bis Braco endlich an seinem Ziel angekommen war. Doch dann hatte sich ein neues Hindernis in seinen Weg gestellt. Braco Alker, ein hochgewachsener, schlachsiger Mann von 23 Jahren, umkrampfte seine wenigen Gepäckstücke noch fester, als sich eine silbrig glänzende Haube auf seinen Schädel niedersenkte. Geduldig ertrug er die Tortur der Hirnschwingungsmessung, die ein wesentlicher Bestandteil der Robotüberprüfung war. Wenn den menschlichen Wächtern etwas entgangen sein sollte, der Robot würde es herausfinden. »Gepäck absetzen«, knurrte es aus einem Lautsprecher. Braco blieb in steifer Haltung stehen. Verwirrt öffnete er beide Hände und die Tragtaschen fielen polternd zu Boden. Alker lief rot an. Verlegen schaute er sich um. »Entschuldigen Sie bitte«, meinte er hastig. Unsicher lächelte er die seelenlose Maschine an, die auf seine Worte aber nicht reagierte. Er atmete tief auf, als der Robot grün Wert zeigte und der ID-Streifen aus einem anderen Schlitz hervorglitt. »Eintritt genehmigt, Sir«, klang es aus dem Lautsprecher. »Sie werden erwartet!« »Vielen Dank«, flüsterte Braco. Sich hastig nach seinem Gepäck bückend, stieß er mit dem Schädel an einen rot markierten Hebel. In dem Gerät begann es zu klingen, und Braco hielt die Luft an. Endlich entschloss er sich, die runde Metallplattform mittels einiger wildverwegener Sätze zu verlassen. »Junkie«, das кнопhurst am Mattarlin, Er hat irgendwann darüber nachdenken,